Alfred Nobel. Sehr angenehm. Das ist Dynamit. Das haben Sie erfunden. Physik ist meine Existenz, mein Leben. Aber Krieg ist doch Ihre Existenzgrundlage. Nichts ist gerechter als der Krieg. Wie kann denn ein Krieg gerecht sein? Wir brauchen eine Waffe, die so zerstörerisch ist, dass niemand sie einsetzen kann, ohne alles Leben zu zerstören. Waffen müssen nicht erfunden. Waffen müssen vernichtet werden. Du musst schreien. Gebe Gott, dass die Abschaffung des Krieges Ihrem Buch folge, Leo Tolster. Ihr seid in allen großen Zeitungen. Das kommende 20. Jahrhundert darf nicht zu Ende gehen, ohne dass die Menschheit ihre größte Geisel abgeschafft hat. Den Krieg. Was wird von uns bleiben?